Hallo zusammen, willkommen bei einem neuen Video hier auf unserem PC-Tipp YouTube Channel. Heute geht es um iOS oder konkret um den Assistive Touch. Was ist der Assistive Touch? Der Assistive Touch ist eine alternative Möglichkeit das iPhone zu bedienen. Sei es, weil man Probleme hat mit der Bedienung an sich, mit der Gestensteuerung oder weil man nicht weiss, wo die einzelnen Buttons sind oder die Menüs sind es kompliziert oder auch bei älteren Grad der Homebutton geht nicht mehr, was ja etwa mal noch vorgekommen ist. Dann aktiviert ihr einfach den Assistive Touch, den findet ihr unter Einstellungen, Bedienungshilfen, dann hier Tippen, Assistive Touch und dann gehen wir hier auf 1, damit das grün ist. Und dann seht ihr hier unten rechts den Button, den Software Button, den könnt ihr dann drücken. Und wenn ihr hier drauf drückt, seht ihr, da habt ihr wie so ein Quick Launch Menü. Oder da seht ihr, Siri ist hier und die Mitteilungen sind hier und das Kontrollzentrum ums Gerät und natürlich eben hier auch der Homebutton. Oder dann könnt ihr drücken und dann geht das wieder zu. Und auch wenn ihr dann in irgendeinem Menü seid oder so, könnt ihr das einfach so bedienen. Es ist eine Art wie ein Quick Launch Menü und weil es so monochrom ist, ist es auch sehr gut sichtbar und wird nicht irgendwie negativ beeinflusst von Farben. Und wenn ihr das irgendwie nicht mehr wollt, dann findet ihr eigentlich den Assistive Touch am genau gleichen Ort wie vorher und könnt ihn einfach auch so wieder deaktivieren. Ja, das ist schon der ganze Trick gewesen. Ich hoffe, ihr habt das sinnvoll und nützlich gefunden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss. Vielen Dank.